Im Schatten des Fuchsmondes von Antje Babin der Erde. Jetzt wird es richtig romantisch. Lia soll mit ihrer Schwester eigentlich in den Sommerferien nach Kalifornien fliegen. Allerdings ist die Farm der Großeltern kurz zuvor einem Feuer zum Opfer gefallen und die Mutter ist deswegen allein nach Kalifornien gereist, um den Großeltern unter die Arme zu greifen. Lia verbringt deswegen mit ihrer Schwester die Sommerferien auf Bad Fianna. Das ist der Landsitz der Familie hoch oben in Schottland. Lia liebt es dort zu sein. Sie liebt es dort morgens durch die noch nebeligen Wiesen zu laufen und die Landschaft zu fotografieren. Oder was keiner weiß, dort lebt ein weißer Hirsch. Den hat sie schon mehrfach vor die Linse bekommen und alle drängen sie immer dazu. Sie soll doch dieses Foto, diese Wahnsinnsfotos von einem weißen Hirsch einreichen und bei Fotowettbewerben einreichen. Und Lia hat aber Angst davor, dass das zu viel Aufsehen erregt und dann die Leute genau dorthin reisen und damit die Lebensqualität des Hirsches und seines ganzen Clans quasi ruinieren oder kaputt machen. Deswegen hat sie große Scheu davor. Jetzt ist sie gerade auf Bad Fianna angekommen und möchte losgehen, losmarschieren, wandern, die Natur genießen und dann trifft sie am Fluss auf einen fremden Jungen. Den hat sie da zuvor noch nie gesehen. Das ist Finn. Finn stellt sich vor als der Neffe des Wildhüters. Und Finn scheint irgendein Geheimnis zu bergen, was Lia aber noch nicht so richtig entschlüsseln kann. Allerdings fühlt sie sich Finn immer mehr hingezogen. Was aus dieser Geschichte wird, das müsst ihr selber lesen. Ich war total begeistert und bin dem Buch leider völlig verfallen. Lest es großartig. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.